Definition 4 Wert und Nutzen Wann immer jemand über Wert im Zusammenhang mit Geld zu diskutieren beginnt, wird irgendwann versucht, die Mehrdeutigkeit des Wortes Wert zu nutzen und verschiedene Bedeutungen davon zu vermischen. Das führt zu Verwirrungen und oft zum Ende der Diskussion. Und ja, man kann sich jetzt hier ergehen, zum Beispiel in den emotionalen Wert eines Gutes, eines Produkts, für den Anbieter oder den Nutzwert für den Käufer. Schon Karl Marx hatte damit so seine Schwierigkeiten. Häufig werden Nutzwert und Tauschwert einfach nur als Wert bezeichnet, was darüber hinwegtäuscht, dass es völlig verschiedene Dinge sind. Wenn zum Beispiel die Großmutter über den Hut ihres Vaters erzählt, hat er für sie einen großen Wert. Sie meint aber wohl eher einen emotionalen Wert und nicht den Tauschwert. In diesem Kontext mag das noch naheliegend sein, in anderen weniger. In einem anderen Fall beziffert ein Anbieter oder gar ein Referent über wirtschaftliche Themen den Tauschwert, redet vom Nutzwert und stellt diesen als Gegenwert für den gezahlten Preis dar. Sicher ist der Nutzen, der Antrieb eines Kunden, eine Ware zu kaufen und einen Preis zu zahlen, aber ist der Nutzwert überhaupt in Zahlen auszudrücken? Die Antwort ist grundsätzlich Nein. Denn der Preis, den der Kunde für eine Ware gezahlt hat, beziffert nicht den Nutzwert oder die Dringlichkeit seines Bedarfs. Der Käufer kann ja die gleiche Ware, also auch mit dem gleichen Nutzen, bei einem anderen Händler zu einem kleineren Preis bekommen. Also ist der Nutzen vom Preis unabhängig. Und damit wird offenbar, dass der Nutzen so einfach nicht beziffert werden kann. Eine Möglichkeit ist, der Nutzen ist ein, im weiteren Umgang mit der Ware, monetär messbarer Vorteil. Wenn z.B. ein Produzent durch die Anschaffung einer neuen Maschine mehr Gewinn generieren kann als mit der vorigen, kann der Nutzen beziffert werden. Wenn aber jemand einen Ziergegenstand kauft und sich in die Wohnung stellt, um sein Wohlbefinden zu steigern, kann der Nutzen nicht beziffert werden. Ein anderes Beispiel ist, wenn ein Obstbauer durch einen neuen Dünger mehr Obst ernten kann als die Jahre zuvor. Aber auch dann bleibt eine genaue Bezifferung schwierig und kann nur über einen längeren Zeitraum hinweg festgestellt werden. Andere Umstände können aber nicht vollständig ausgeschlossen werden. Ob die vermehrte Ernte einen Nutzen darstellt, ist aber auch dann noch fraglich, weil auch dieser Vorgang noch innerhalb der Geldlogik und der Marktgesetze stattfindet. Kann der Obstbauer das Obst nicht verkaufen und in Gewinn wandeln, wird die erhöhte Ernte nutzlos und wertlos. Einen Nutzen zu beziffern ist nur sehr selten möglich und noch seltener sinnvoll. Ein bezifferter Nutzwert bekommt eine gewisse Relevanz nur dann, wenn sich der Nutzen innerhalb der Geldlogik bewegt. Er kann aber auf keinen Fall als Gegenwert zum Tausch, Geld oder Warenwert gesehen werden, der beim Kauf gegeben wurde. Hier besteht weder eine Kausalität noch eine Korrelation. Ein Beispiel Ein Händler bietet ein Produkt an, das einen Käufer findet. Der Händler hat vor kurzem den Preis für eine Aktion herabgesetzt und glaubt nun, dass der Kunde das Produkt wegen des verminderten Preises kauft. Tatsächlich gibt es beim Kunden für das Produkt eine gewisse Dringlichkeit, vielleicht eine Zutat für das Abendessen mit einem wichtigen Menschen und dieser Anbieter liegt einfach am nächsten. Nutzen und Preis haben nicht nur in diesem Fall für den Kauf nicht das geringste miteinander zu tun. Tauschwert und Nutzen sind also deutlich zu unterscheiden. Daher spreche ich vom Wert nur als Waren oder Tauschwert auf der einen Seite und vom Nutzen auf der anderen Seite. Der Wert einer Sache Der Wert einer Sache ist also in diesen Beiträgen immer ein Tauschwert. Eine Bewertung ist immer ein Vergleich mit einer anderen Sache, die getauscht werden soll. Und ein solcher Vergleich beginnt immer auf emotionaler Ebene und ist ein Prozess, in dem Menschen einer Sache einen Wert zuweisen. Erst danach kann dieser Wert verrechnet werden. Beispiel Hat ein Mensch ein handwerkliches Produkt hergestellt, zum Beispiel eine Decke, und ein anderer möchte dieses Produkt gegen Gold erwerben, so muss der Hersteller überlegen, wie viel Gold er dafür haben möchte. Er nimmt also eine Bewertung gegen Gold vor. Welche Kriterien er bei der Bewertung heranzieht, ist ein Ermessen seinerseits. Kaufmännisch wird er vermutlich den Zeitaufwand und den Materialaufwand berücksichtigen. Aber vielleicht kommen noch andere Faktoren hinzu. War dieses Produkt ursprünglich gar nicht für den Verkauf gedacht, wird die Bewertung anders ausfallen wie bei einem routinierten Händler, der diese Bewertungen bereits vorgenommen hat. Bei den Inkas hätte er dafür recht viel Gold berappen müssen, denn ihr Zahlungsmittel war eigentlich Türkis. Gold hatte einen hohen Nutzen, aber einen geringen Tauschwert. In Arabien wäre das wohl anders gelaufen, denn dort war der Tauschwert von Gold ein anderer. Und beide Male wurde der Tauschwert von Gold diesem von Menschen zugewiesen. Als Währung hätte aber genauso Getreide dienen können. Der Wert einer Sache ist also eine vom Menschen zugewiesene Größe einer von ihm erdachten und definierten Einheit. In welcher Form sich diese Einheit ausdrückt, ob in Naturalien oder Fantasie gebilden, ist eine andere Frage. Hören Sie dazu den Beitrag Was ist Geld? Das Vermögen Ähnliches wie für den Wert gilt für das Vermögen. Das Wort Vermögen kann zum Beispiel auch im Sinne von Fähigkeit verstanden werden. Auch die deutsche Sprache kann manchmal recht schwammig sein. In diesen Beiträgen ist eher seltener ein Vermögen gemeint, sich irgendwie zu verhalten, etwas zu tun oder sich zu etwas zu äußern, denn das wären Fähigkeiten. Da es hier um Geld geht, wird es eher um monetär messbares Vermögen gehen. Also nicht nur das Vermögen, welches als Geld in einem Institut verbucht oder veranlagt ist, sondern auch die Sachwerte im Eigentum eines Menschen, die mittels Geld angeschafft oder geerbt worden und dazu geeignet sind, als Wertspeicher zu dienen. Meistens kommen einem hier Immobilien und Grundbesitz in den Sinn, es können aber auch Edelmetalle, Edelsteine, Kunst, Fahrzeuge oder andere Gegenstände sein, sprich jegliches Eigentum, das mittels Verkauf in Geld gewandelt werden könnte. Das alles zählt nach allgemeiner Auffassung zum monetär, also mit Geld messbaren Vermögen. Das war Definitionen 4, behandelt wurden die Begriffe Wert, Nutzen und Vermögen. Das war Verkauf und Vermögen. Das war Verkauf in Hössst Hössst Das war